hier die jahre jahre freunde er was gesagt ich bin da mit der nette kam zu einem neuen Video von mir und vorab wenn dich erst mal sagen wenn ich dieses Video gefällt das gleiche lassen ab und da und da heute geht es um Donnick Klaxe und Leon die wahre Geschichte Leute und um den Klänkrieg und er wird sagen wir fangen an also Leute es hat so damit angefangen dass Donnick unser Klän verlassen hat und er dann hat Leon hat sich komisch verhalten er hat dann verlassen er hat uns betrunken er hat zu Donnick gesagt um ich habe keinen Bock auf den Klänke ich verlasse jetzt allen die alle sagen ja wer besser ist und so und das will ich nicht okay habe ich gesagt ja geh dann ist er bei Laien gegangen bei diesen Wichsern und hat gesagt darf ich rein haben die gesagt nein du bist so schlecht und dann wollte er wieder bei mir rein hier kriegst du rein und dann haben die Donnick wollten Donnick hat auch die Wahrheit gewusst und wollte er will jetzt auch wieder zu uns und Leute ihr müsst mir helfen in den Kommentaren soll Donnick jetzt rein und Leon oder nicht ich weiß es nicht ich kann dich bestimmt Leute ich habe keinen Bock auf keine Ahnung noch mal Verräter das müsst ihr dann wissen Leute ihr bestimmt jetzt mal und ja jetzt kommen wir zum Klänkrieg was wir gehabt haben also der Klänkrieg bestand daraus drin es hat gesagt okay wenn eure Mannschaft sagt ihr ist besser okay dann 8 bis 8 und dann habe ich gesagt ja okay komm Leute alle anstrengen alle üben holt Leute holt 10 0 Spieler und wir haben jetzt sie sind nur Spieler erklärt wir werden die alle ficken haben wir gesagt dann kam Kraxer an hat gesagt ja er heute machen wir denn es hat gesagt nein in zwei Wochen weil ich jetzt Praktikum habe kann ich ihn auch verstehen die Praktikumserung viel wichtiger ist so ein scheiß dämlicher Klänkrieg und ja dann hat er gesagt ja okay um da mit zwei Wochen zwei Wochen später sage ich um was machen was sagt Kraxer äh ja wir können nicht wir geben auf ihr seid die Besseren ihr habt gewonnen und ja Leute so seht ihr so geht man ein Klänkrieg Leute wir waren die Besseren wir sind die Besseren wir werden die Besseren sein und ja und ja checkt in der Videobeschreibung da drin ist ab und ja wenn euch dieses Video gefallen hat lasst Like da lassen aber da und tschau Yippie rein in die Eura und ja und ja und ja und ja Vielen Dank.